recht herzlich willkommen zur 225 folge von towns ja wo wir mal stehen geblieben wir waren letztes mal stehen geblieben dass wir hier kerzen gebaut haben und die saßen nicht an der richtigen stelle sowie diese hier 33 das passt das passt das passt hier ist irgendwas faul oder es sieht nur so aus passt aber wohl soweit ist alles gut spielt es immer noch ein pausen sich grad lassen wir mal laufen sie frage wo weit wo wir überhaupt noch was umbauen müssen und wo nicht und ob das sinn macht oder nicht das nächste frage ja gute frage hier ist unser haus wir haben hier neues geboren da kommt einer das enthält na genau ja was machen wir jetzt gute frage und ein paar kerzen einstellen können wir gerade hier noch machen weil dann sind wir auch schon durch gerade mal 123 kerze kommt dann dahin müsste die ja da sein da haben wir ja keine shift taste gedrückt hat also nicht funktioniert so das ist diese reihe und ich glaube wir müssen da hin oder nee da ist mein gut aus kerze schon gekommen super glaube da ist dann einer da ist eine da ist auch einer da wäre auch einer da wäre auch einer ja und da müssen wir den baum bauen würde das hinbauen können gut da steht eine zu viel jetzt ist die frage 3 da muss da muss da eine hin und die war weg die sowieso wahrscheinlich da falsch ich glaube ich habe eben die schifft das nicht gedrückt gehabt ja die passt ne 3 die ist dann auch falsch hier 1 2 3 passt ja die ist dann auch falsch oder und die ist auch falsch kannst du dir auch wegschmeißen wie sieht das hier oben aus passt dann auch was nicht da muss ja da rein die kann dann auch an glock und die auch an lock 3 ja die passt wohl ja die auch die ist wohl auch richtig ja das passt auch 3 6 passt 3 6 passt 3 1 2 3 ne die ist ja richtig oder was ne ist sie doch nicht muss da ein da ist die auch falsch ne ja klar da ist schon wieder abgewählt 3 6 3 6 dein die ist anlocken die auch ja schon wieder nicht ausgewählt ja gut demás die auch noch mann lockt 33 da müsste hier dastehen können sie verhandeln das kannst du auch anderen es sind drei dann mal nach deko außen noch nie da gab es ein extra feld für fadern da ist er das ist das machen wir mal so so das passt und das passt dann auch das können wir das rum machen aber ob das blau jetzt überhaupt erreichbar ist die nächste frage wir werden es sehen die pro kerze kerze so 123 123 da muss eine hin gut das haben wir auch wo man nach unten was so unsere monster machen ok und das ruhiger spiel ist in pausa muss was passiert sein welch ist das kann man hier oder da ist habe ich jetzt irgendwas verpasst das laufen hause hätte place item was passiert jetzt hier gerade so der ist da gestorben was mache ich jetzt falsch hier wo sind denn hier gerade viecher oder sowas die stehen alle ich verstehe nicht warum das spiel der läuft tatsächlich so schlecht durch die gegend alles klar wahrscheinlich ne ich dachte er hakt aber das tut er gar nicht das war nur da unten das nicht lief ok also da wie schon alles aber da kommen an locken 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 da platzen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und da die kannst du dann auch an locken wird schon werden ne ganz verstehe ich es jetzt nicht aber ok lass mal so egal die kästchen sind ja alle gleich außer das hier zum beispiel da kannst du die anlocken und die anlocken das können wir mal gerade wieder machen 3 warte mal 1 2 3 1 2 3 kerze das passt dann die können anlockt werden dann geht das auch 1 2 3 1 2 3 3 ganz immer anlocken ich glaube dass bis dahin lass es erstmal so muss man erst mal weiter gucken ja das ist alles ok überall sind sie am essen wie viel essen haben wir denn noch fünf rote äpfel und bieren und es sind neue helden gekommen oder wie ist das ne neue zivilisierte menschen wenn man die an so nennen kann 50 ist das denn so richtig naja wird auf jeden fall so sein oder gut aber ich würde mal sagen ihr gebt mir bitte einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat und ja falls ihr noch nicht abonniert habt dann tut das und sonst sehen wir uns in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen bis dahin tschüss